der orgasmus und die sogenannten mythen darüber die uns auch manchmal das leben schwer machen das ist das thema heute der podcast folge und des videos der woche ich wünsche ich finde es schön dass du da bist und ich freue mich und mein name ist christina augenstein und ich bin glücksexperte mit dem schwerpunkt thema leichtigkeit denn ich finde es sollte mehr leicht sein und vor allem bei diesem thema bleibt dran ist christina augenstein und ich habe heute einen wundervollen gast herzlich willkommen beim video der woche bei der podcast folge der woche heute habe ich ein thema ausgewählt und zwar schon vor zwei jahren haben wir das ausgewählt gemeinsam denn ich begrüße erst mal stefanie gruber herzlich willkommen ich bin dass du dazu gesagt hast denn wir haben dass dieses thema eigentlich schon von zwei jahren und vielleicht ist auch schon drei jahre her als wir unser erstes video gedreht haben haben wir das thema schon gesagt alles können da könnten wir noch mal extra eine extra folge machen und das haben wir jetzt endlich endlich ist es soweit und wir haben endlich geschafft ich freue mich wir haben ja also ich muss jetzt erst mal sagen du bist gesundheitspraktikerin für sexualkultur das ist ja schon wieder mal ein spannender beruf ich muss mir den immer aufschreiben der hat sich nicht geändert weil weil der für mich so schwer zu merken ist das ist ja ein super spannender beruf erklär uns noch mal ganz ganz kurz was es da bei dir geht ja in meinem wirken begleite ich frauen und paare zum thema sexualität körper orientierte sexual coaching möchte ich heute auch mehr sagen weil das wichtig ist für eben den körper zu fühlen den körper zu spüren zu spüren wie fühle ich mich wenn ich mich selbst berühre und das ist alles ganz das ist alles ganz wichtig absolut absolut ich kenne mich ja jetzt schon ein paar jahre und ich finde deine arbeit hervorragend phänomenal könnte man so sagen und ich übertreibe nicht denn ich sage immer die wahrheit also ich würde es nicht sagen wenn ich so meinen würde es ist einfach so wir haben ein erstes video gemacht sexualität in der partnerschaft das zweite video war über die vier phasen einer frau in einem monat und mit diesem zweiten thema bist du ja auch in meinem wundervollen program das heißt wundervoll program meinem programm wonderful woman damit es so wichtig war dass ich den frauen erklären kann ich kann ja nicht so gut wie du deswegen habe ich dich eingeladen du hast dich dazu bereit erklärt damit wir den frauen erklären dass sie nicht nur zwei also menstruation und nicht menstruation zwei phasen im haben sondern vier und das war ja auch schon super super spannend und deswegen freue ich mich auch heute noch ganz ganz besonders über dieses thema orgasmus weil dieses thema kennt wirklich jeder und wir sprechen heute vor allem über den weiblichen orgasmus erklär uns vielleicht erst mal was ist überhaupt ein orgasmus ach ja orgasmus viele kennen ihn erleben ihn andere in meiner praxis erlebe ich das immer wieder haben keinen oder wissen sind sich unsicher habe ich einen habe ich keinen für mich ist also orgasmus ist eine entladung von energie beziehungsweise oder eines reizes über den körper entladung von energie so würde ich ihn beschreiben denn klar das hört sich spannend an entladung von energie ich brauche gewissen einen gewissen reiz eine gewisse stimulierung an meinen erogenen zonen hauptsächlich im intimbereich um so viel energie oder auch über spannung aufzubauen und dann diese dieses zu entladen und da brauche ich ja und das lernen wir eigentlich ja in unserer jugend unserer kindheit jugend wenn wir merken ach das fühlt sich schön an sein tolles gefühl also es gibt ja kinder die wo das ganz intuitiv schon machen genau da einfach schon erleben oh wow das ist ein tolles gefühl das fühlt sich schön an da bin ich jetzt zum beispiel anscheinend eine ausnahme weil ich habe das in der kinderzeit und jugendzeit überhaupt nicht gelernt es war für mich scham behaftet ja also kein dran denken ja ist oft ein großes thema also wir sprechen halt auch nicht drüber auch nicht oft nicht mit anderen frauen darüber wie wie machst du es wäre so eine so interessant wie 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 erlebst du deinen orgasmus wie fühlt sich an ja mit freundinnen darüber zu sprechen also ich konnte die frauen nur einladen oder auch mit dem partner darüber zu sprechen oder partnerin was ja wie fühlt sich an ja genau nächste frage ist also ich habe ja jahrelang nicht darüber gesprochen auch als ich schon erwachsen war weil ich ja sagen hätte müssen damals ich kenne keinen orgasmus ich kenne das nicht hätte ich nie mit irgendjemandem gesprochen darüber dass ich mich hier offen zeige dass ich kann aber es ist ja ein fehler in meinem kopf irgendwas stimmt nicht mit mir genau was sagst du dazu ja immer wieder erlebe ich in eben in meinem wirken dass frauen zu mir kommen und ja sie haben keinen oder nicht oder sie möchten gerne einen anderen dann gibt es immer noch das thema klitoraler orgasmus vaginaler orgasmus welcher ist jetzt der richtige welcher ist falsch und ich sage immer es gibt kein richtig und kein falsch also das ist mal das allerwichtigste und dann ist einfach zu schauen ja wie wie machst du es denn wie berührst du dich selbst und das ist eigentlich jetzt so da haben wir jetzt schon mit dem thema glaube ich auch wie wie ist das mit dir in der selbstliebe beobachte dich wie machst du es und da möchte ich jetzt gleich mal aus dem sexo corporal die vier modi die erregung würde ich gerne erklären okay weil sich da bestimmt die frauen oder die menschen die wurde es anschauen einfach wiederfinden und zwar es gibt den ersten modi das ist der achalische modus und dieser achalische modus wird über körperanspannung erzeugt also die sind ein drittel als meistens sind es frauen ein drittel aller frauen kommen so zum orgasmus und sie spannen ihren körper an pressen auch auf die beine zusammen oder drücken ein kissen oder irgendetwas gegen ihren genitalbereich und über diese spannung lösen sie diesen orgasmus auf dieser modi also es gibt hier kein richtig und falsch man kann alle diese modi leben beziehungsweise hat man sie irgendwann sich angeeignet im laufe des lebens aber dieser modi hat einfach grenzen weil wenn ich jetzt zum beispiel mit einem partner einer partnerin zusammenkomme und dann kann ich oft diesen druck nicht aufbauen oder diese beine zusammenpressen jetzt nehmen wir nur mal stellen wir uns noch mal vor die frau hat verkehr geschlechtsverkehr mit ihrem partner er ist in ihr drin schon kann sie diese spannung wie sie es aus ihrem modi gewohnt ist einen orgasmus auszulösen nicht machen was passiert kein orgasmus genau weil es der körper nur so auslösen kann so gelernt hat so dann kommt der zweite modi das ist der mechanische modus der entsteht über ruppeln reiben mit der hand am genital bevorzugen meistens männer aber auch frauen da gibt es bei den frauen oft dass eine mischung zwischen diesem ersten mit spannung und reibung und ja da wird einfach über diese reibung am genital das wird so lange gemacht und der körper angespannt bis ja der orgasmusreflex sich auslöst ist alles sehr genital sehr kurz mit sehr viel spannung und mit ja meistens wird auch der körper dabei nicht bewegt es wird nur die hand bewegt dann gibt es den dritten modus das ist der ondulierende modus das sind auch wieder oft frauen die bewegen ihren körper können diese erregung wirklich im körper verteilen spüren überall die lust es ist schön die haben wirklich im körper präsent aber am schluss fehlt dann oft die kanalisation also diese frauen beschreiben dann oft ich kann keinen orgasmus also ich fühle lust in meinem ganzen körper es ist super schön aber ich habe keinen orgasmus ok und dann kommt der vierte modi man sagt auch im fachjargon die doppelte schaukel also diese geht es um diese bewegung vom körper also dieses schaukeln vom becken im unteren und oberen bereich und hier wird einfach mit kontraktion also vom beckenboden leicht anziehen wieder locker lassen überhaupt muskulatur anspannen loslassen bewegung tiefes atmen also nicht hier nur so sondern tief bis ins becken atmen töne machen also wirklich energie im körper verteilen die lust verteilen und hier so diesen orgasmus dann in diesem wellenartigen modus auszulösen sehr sehr spannend diese vier modi kann man die nur alleine machen oder kann man die nur mit partner machen also man kann die alleine machen also die meisten menschen haben ihren ersten vergassens mit sich selbst alleine das ist doch einfach wichtig zu zu gucken wo komme ich her ich muss mal jetzt kurz weg zehn minuten ja wo komme ich her wie mache ich mit mir alleine das ist so eine ganz wichtige ja frage um zu schauen wo stehst du im moment und wie machst du es zu zweit und dann kann man und und jetzt kommt eben das dein körper lernt dein körper lernt dein körper lernt durch berührung dein körper lernt durch wiederholung und da kommt zum beispiel mein mein wirken ins spiel eben durch dieses körperorientierte coaching durch juni massagen durch frauen massagen durch atem session begleite ich die frauen wirklich dahin zu spüren ja wie wie mache ich wie und was wo kann ich wo kann ich noch was anderes lernen also wo beginnt für mich ah ja hier fühlt es sich gut an das ist schön und wie mache ich das dann mit mir alleine eben diese beckenschaukel gebe ich total gern weiter an die frauen um erstmal ganz ohne lust und erregung erstmal dass der körper lernt sich zu bewegen vor allem auch in der sexualität ganz ganz wichtig ja ja mit der sexuellen sexualität mit dir selber aber auch mit dem partner also ganz ganz wichtig um zu atmen und vor allem zu fühlen und dann gibt es natürlich auch noch im kopf die barrieren ich bin nicht richtig ich brauche viel zu lange da möchte ich hier gleich mal sagen als eine frau braucht zum orgasmus mindestens 20 bis 40 minuten ich sage jetzt mal normal weil für mich normal ist wie das ist das ist eine norm aber das ist ein natürliches zeitfenster was es braucht okay 20 bis 40 minuten ist normal also durchschnittlich durchschnittlich so viel zeit braucht der körper die joni ja bis es fließt bis es überall zu fühlen ist bis ja und bis er dann diese diese diesen orgasmus reflex auslöst okay total unfair ungerecht verteilt wunderschön wenn man sich so lange zeit nimmt man kann natürlich auch viel schneller und in einer kürzesten zeit eben durch die mechanischen ja acharisch mechanisch gemixt kann man in kürzester zeit einen orgasmus bekommen überhaupt kein keine kunst sage ich jetzt einmal einfach so ein ja kleiner kick es ist jetzt auch gar nicht bewertend gemeint jeder orgasmus ist gesund jeder orgasmus ist darf sein das ist völlig normal völlig natürlich aber wenn ich ja wenn ich mich wirklich spüren will in meinem körper dann brauche ich erstmal dieses mein körper ist wirklich meine freundin also meinen körper liebhaben also mich wirklich überall erkunden erforschen wie fühle ich mich an was gefällt mir was mir selbst die zeit zu nehmen ganz bei mir anzukommen in meinem fühlen anzukommen ich glaube das empfiehlst du auch soweit ich schon kenne empfiehlst du doch dass auch jeder frau dass sie sich auch wirklich selber kennenlernen sollte und nicht nur mit dem partner eben zusammen irgendwas zu tun unbedingt auch in meinem in meiner joni joni der intimbereich der frau sollte ich mich am besten kennen ja das ist schon das erste problem da haben wir glaube ich schon das erste mal beim ersten mal darüber gesprochen man könnte sich ja auch im spiegel anschauen da sagen die meisten frauen um gottes willens mache ich bestimmt nicht aber wenn ich mich nicht im spiegel anschauen mag ist das auch in ordnung aber dann berühre ich dann wenigstens berühren also wirklich über die berührung mich ab wirklich abtasten und das mehrmals die woche in kontakt kommen erstmal weil hier neue synapsen gebildet werden diese nerven reizleitungen gebildet werden das einfach hier auch hier in der joni dann im genitalbereich dann wirklich das fühlen über wird also das heißt so nicht so eine art übung oder ja ich trainiere den körper indem ich mich dreimal die woche berühre und kennenlernen trainiere ich den körper schon mal auf hey wenn das und das gemacht wird würde ich gerne weitergeben mensibilisieren ja okay interessant ja also ganz ganz wichtige hausaufgabe ja hätte ich hätte ich gern vor 20 jahren gewusst ja aber der körper lernt immer der lernt bis bis zuletzt und er lernt eben durch wiederholung genau übung macht die meisterin übung macht die meisterin das letzte mal schon gesagt etwas mit meister das finde ich total toll also gut wir haben als ersten punkt ich bin nicht schön genug oder was war das ich fühle mich nicht gut ich bin nicht hübsch ja also jetzt von den glaubenssätzen hier ja wenn der schosser disharmonie mit meinem körper ist ist ich mich in meinem körper nicht wohl fühle so es kommt ein anderer mit dazu der partner ein neuer sexualpartner partnerin kommt in mein leben und ich fühle mich nicht wohl in meinem körper bin ich nicht frei bin ich eng fühle ich mich ja fühle ich mich einfach nicht wohl dann kann ich mich nicht hingeben nicht zeigen nicht loslassen genau also das ist ein punkt dann kann natürlich auch der glaubenssatz sein ich höre ich ganz oft von den frauen ich brauche viel zu lange genau alle diese glaubenssätze oder ich bin nicht richtig mit mir stimmt etwas nicht macht alles eng und macht uns klein und und verhindert verhindert dass wir vom kopf also dass wir dann wirklich in den körper kommenden spüren kommen weil wenn ich von mir denke ich brauche sowieso zu lang ich kann das nicht anders nicht bin ich hübsch genug dann bin ich also wenn ich das übersetze dann bin ich im kopf und denke die ganze zeit irgendwelche negativen gedanken und dann kann ich nicht in den körper kommen es geht einfach nicht kann mich nicht hingeben komm nicht ins körper spüren genau ich komme da nicht an dann lasse ich es ich sage jetzt mal zugespitzt dann lasse ich es einfach über mich ergehen ja ja kenne ich sehr sehr viele kundinnen von mir die das wirklich so sagen ja ich lasse es oder auch frühere freundinnen ich lasse es über mich ergehen ich habe gesagt um gottes willen echt jetzt aber es ist so es ist normalität es ist so es machen viele viele frauen ja immer wieder höre ich auch ja so schade weil ich finde der orgasmus also ich habe mal gelesen und es hat mich sehr getroffen in einem wichtigen für mich sehr sehr wichtigen buch habe ich mal gelesen dass der orgasmus ähm so sehr wichtig ist für für dich als seele oder für dich als mensch weil du bei diesem orgasmus ich muss es sagen ob ich doch zusammenbringen weil wenn du die gefühle des orgasmus hast dann bist du dem himmel näher als sonst gar nicht ja hast du das auch schon mal gehört ähm für mich also wir sind ja auch energie wir sind nicht nur physischer körper wir sind energetische körper wir haben chakren wir haben ein energiesystem wir haben ja unseren geist unseren mind unsere gedanken wir sind ja wir sind auch seele und ähm ja jetzt stell dir vor dein körper wird berührt das ist wunderschön wenn du atmest tief ähm deine energie ist im ja ist in bewegung ist in bewegung entweder mit dir alleine oder mit jemand anderem zusammen das ist jetzt mal ganz egal und dann ist noch ein größeres energiefeld ich spreche jetzt mal mit dir alleine deine energie ist in bewegung und dann ähm holst du deine deine energie über deinen schoßraum über deine joni rein ähm läst die bis läst deine chakren auf mit deiner sexuellen energie so und dann steigerst du das bis ins herz und noch weiter und noch weiter und dann kommt irgendwann dein orgasmus und ihn läst du durch durch deinen körper durch deine chakren und oben am kopf raus so und dann du bist da du vibrierst es ist alles glückselig glückseligkeit 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 absolut kann ich nachvollziehen es ist so es ist so und auch hier ein verständnis dazu dafür zu bekommen es ist viel mehr als dieser physische körper und doch zu eng mit ihm verbunden es geht nur über den körper er ist unser ja unser dieses trennen glitoraler vaginalorgasmus ist jetzt besser ich habe mal ein klitoris modell dabei darf ich es zeigen ich glaube schon also mir macht es nichts aus sag mal das wäre jetzt eine vulva von außen und viele wenn über klitoris sprechen sprechen über diese kleinen kleine perle hier diesen kleinen knopf so aber die klitoris ist ja viel größer so sieht man das oh ja so groß ist die klitoris ok im innern im innern das ist das kleine die kleine perle wo außen zum vorschein kommt hier den schaft spürt man oft und das hier alles diese schenkel dieses schwellgewebe liegt innen ok und dann liegt auch noch die weibliche prostata liegt auch noch innen so und deswegen wird immer eigentlich alles stimuliert wenn ich mich jetzt berühre außen an der an der vulva und hier zum beispiel zwischen meinen lippen mich streichle außen also hier so dazwischen da berühre ich im inneren bereits die klitoris mit alles die ganze klitoris und auch wenn wenn ich finger nach innen gleiten lasse wenn ein penis nach innen kommt berührt er ja alles ok aber viele frauen lösen halt über außen diese kleine perle dann den orgasmus aus aber es wird immer wenn innen auch berührung stattfindet dann wird alles berührt und jetzt ist halt einfach wichtig spüre ich diese berührung innen spüre ich das wie fühlt es sich an oder spüre ich es noch nicht weil ich kann ja über diese berührung alles aufwecken wie wir ja vorher gesagt haben ich lerne mein körper lernt durch wiederholung ja genau und dieser mythos ob der jetzt glitoral oder vaginal ist oder ein an der cervix also muttermund hinten ausgelöst ist oder über den a-punkt warte moment stopp zurück was heißt denn was heißt denn an der cervix hinten ausgelöst da gibt es auch einen sexualpunkt hinten an der gebärmutter ja gebärmuttermund ist für viele frauen auch sein ein lustpunkt der wo das wusste ich noch nicht wo frauen orgasmen oder tiefe lust empfinden und auch hier den orgasmus dann auslösen können oder spüren dass dann die gebärmutter auch so kontraktionen macht ok ja also jeder ist willkommen und ich würde nicht mehr trennen zwischen orde oder einen vaginalen sondern ich würde den orgasmus feiern so wie er kommt absolut und mehr der 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 weg dahin ist das ziel also dieses ziellos sein und wirklich spüren gehört nähe mit mit mir selbst intimität entsteht wenn ich mit mir selbst ganz nah kommen komme ich habe dieses intime gefühl mit mir selbst und umso näher ich mir selbst komme umso näher ja kann ich dann mein gegenüber auch spüren genau so dann hast du nicht vom berühmten g-punkt gesprochen sondern vom a-punkt was ist denn ein a-punkt der a-punkt ist oberhalb vom muttermund richtung bauch anterior vor nichts findet man auch mittlerweile auf wikipedia schön beschrieben ok also es kommt alles in die öffentlichkeit in die öffentlichkeit genau und es ist auch für frauen ein es ist unterschiedlich für manche frauen ist ein lustpunkt für mich ist er mehr so wirklich so ein spiritueller punkt für mich da bei mir kommen dann eher so innere bilder wie kosmos und echt weite unglaubliche stille friede wenn dieser punkt zum beispiel nur gehalten wird also die frauen lieben das oft wenn der einfach nur gehalten wird dieser punkt ich muss ich muss wieder 10 minuten weg ja und dir selbst wirklich ganz nah ok ok der a-punkt interessant von ihm hat man ja noch nie gehört was ich kenne ist der g-punkt kennt wahrscheinlich jeder und das heißt ja auch immer also ich habe das ganz ganz oft viele jahrzehnte gelesen der g-punkt ist ein mythos der stimmt den gibt es gar nicht ja es gibt ihn es gibt ihn es gibt ihn diese zone diese gräfenberg zone dieses schwellgewebe ja es gibt die werfliche ejakulation moment schon wieder ein schritt weiter ok über das sprechen wir auch noch sprechen wir erstmal ganz kurz ich glaube du weißt einfach zu viel für dich ist das alles schon normal wo ist der g-punkt der g-punkt ist am vulvereingang innen richtung wenn wir jetzt eine uhr drauf legen richtung 12 uhr richtung nabel aha ist oben so ein geriffeltes gewebe aha geriffelt kann flacher sein kann aber auch mehr wie so eine ja wie so eine wölbung sein wie so eine halbe walnuss so fühlt sich auch dieses gewebe an das ist wirklich so geriffelt andere gewebe ist eher glatt und in diesem gewebe ja ist einfach dieser g-punkt das lachen ich könnte sagen ich bin mal 10 min weg mann mann ich dachte ich weiß schon alles ok gut wir haben jetzt herausgefunden wo der g-punkt ist das ist so eine halbe horlos super spannend ok und jetzt hast du gesagt was schon wieder ein schritt weiter wie komme ich also genau prostata hast du auch noch gesagt ja diese gräfenbergzone weibliche prostata meint alles das gleiche ach ja genau also auch frauen haben eine prostata habe ich auch bis vor kurzem nicht gewusst doch dass dieser name gehört den männern stimmt überhaupt nicht wir haben den auch also wir haben diese auch und jetzt wie kommt man an diesen g-punkt orgasmus durch berührung durch markieren g-punkt liebt druck also rein raus macht beim g-punkt jetzt nicht so viel aber wirklich druck also druck gegen diesen venusknochen man könnte auch sagen schambeinknochen aber du merkst schon ich habe andere worte ja schon also wirklich diese 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 schwellgewebe gegen den venusknochen holen und so mit druck entweder halten oder massieren und dann ist auch unterschiedlich wie fühlt es sich an das ist ganz ganz wichtig am anfang also jetzt nicht erwarten ich habe jetzt hier einen lustpunkt und den brauche ich jetzt nur massieren und dann super super sondern auch hier kann sein dass dieser bereich brennt oder dass man das frau gar nichts fühlt das ist auch da ist ich fühle nichts dann ist der ehe wie so taub und dann mag dieser bereich aufgeweckt werden und der braucht eben auch wie die restliche vagina oder vulva im außen vagina innen berührung immer wieder aufmerksamkeit immer wieder massage berührung gibt es dass der wach wird okay gibt es irgendwelche stellungen wo die nicht so gut funktionieren für diese punkte also für den g-punkt ist zum beispiel wenn die frau oben ist eine gute stellung okay aber am intensivsten spürt ihn eigentlich wirklich mit finger oder mit einem g-punkt dildo vibrator weil er eben diesen bogen hat okay okay die biegung ja die biegung hinter den knochen so genau weil man den g-punkt ja irgendwie an den an das schaumbein drückt oder so hast du gesagt ich habe es mir gut gemerkt genau okay dann hast du gesprochen von der bla 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 ich konnte es nicht glauben als ich das erste mal gehört habe vor ein paar jahren weiblichen ejakulation weiblichen ejakulation erzähl darüber das haben bestimmt auch manche frauen noch nicht gehört ja die weibliche ejakulation wird eben durch stimulierung dieser g-fläche aus aus ja ausgelöst beziehungsweise sammelt sich in diesem gewebe einfach diese flüssigkeit ähm das weibliche weibliche lustwasser nenne ich das jetzt weil ich mir das auch also das weibliche ejakulat und es wird dann über die harnröhre wie beim mann ausgeschieden es kann viel flüssigkeit sein es kann wenig sein ja ganz unterschiedlich genau was ich damals für eine frage hatte die weite natürlich jetzt schon die antwort was heißt hier lustwasser was heißt über die harnröhre biesle ich dann nein es kann geringe mengen urin enthalten aber eigentlich nicht eigentlich ist es nur wasser ja es ist mit glukose ist auch eine zusammensetzung es hat halt keine spermien weil die frauen das nicht haben aber ja das ist ein ganz anderes sekret sag ich jetzt mal es ist kein urin genau läuft es dann einfach oder spritzt das kann beides sein es kann einfach raus fließen es kann raus spritzen und wenn es nicht nach außen fließt oder spritzt dann läuft es zurück in die blase und dann muss halt blau auf die toilette dann geht es automatisch mit der blasende entleerung weg weil es ebenso verbindungsgänge von diesen und dieser drüse in die harnröhren öffnung gibt genau nicht über die wagen ja genau okay weil da wird auch vielen frauen licht aufgehen wollen wir auch vor vielen jahren ich dachte mir auch genau ach ach das und das also sehr ich habe schon so viel von dir gelernt wirklich toll aber ich habe heute schon wieder was neues gelesen es ist echt der hammer okay welche mythen gibt es noch ach welche mythen was haben wir denn noch für mythen ja dass ich vielleicht an meiner vulva irgendwie komisch aussehe oh ja also das sind auch mythen jede joni jede vulva ist einzigartig und so wie die frau einzigartig ist der mensch einzigartig ist so ist auch die vulva einzigartig und ja du glaubst nicht was ich da von den frauen immer wieder höre dass auch männer sagen also mit dir ist irgendwas komisch macht dann mit die frauen eine spiegelsitzung und wir gucken und alle natürlich die inneren lippen sind oft viel viel größer wie die äußeren lippen es gibt ja einfach viele falten und haut und ja total unterschiedlich aber jede ist einzigartig und ja wunderschön ja genau ich weiß nicht ob du das gepostet hast letztes oder vorletztes jahr oder vielleicht was niemand anders was zufällig in social media gesehen habe irgendjemand irgendein berühmter fotograf oder so hat mal glaube ich 100 jones fotografiert oder so und hat das reingestellt ins internet und das anzuschauen ist ja schon mal das war für mich brutal weil ich gesagt habe hey cool es ist wirklich alles einzigartig du kannst gar nicht komisch ausschauen weil weil es das was du hast nicht gibt ein zweites mal ja das wusste ich nicht es ist für mich wie ein fingerabdruck einzigartig wie ein gesicht musst du sagen es ist ja auch alles niemand sieht so aus wie du hier oben hier unten ist egal ja genau das hat das war für mich auch spannend war für mich auch so interessant super interessant ich habe einen super kalender von vulva versity 365 tage jeden tag eine andere vulva super passt natürlich zu deinem beruf ist ja klar ja okay ich glaube wir haben schon fast alles besprochen was es dazu dass es dazu besprechen gibt also ich kann üben an mir wenn ich es mal kurz zusammenfasse damit wir nichts vergessen es gibt verschiedene orgasmen die sind alle in ordnung es gibt keinen richtigen keinen falschen es dauert bei den frauen einfach viel länger als bei dem mann also durchschnittlich alles ist in ordnung so wie es ist es gibt verschiedene punkte die man stimulieren kann innen und außen ah ja genau da fällt mir jetzt noch etwas ein es gibt natürlich auch traumata die verhindern also nicht nur der kopf sondern traumata die verhindern dass ich einen orgasmus habe kannst du da noch ein bisschen was erzählen vielleicht ein beispiel ich möchte von mir etwas erzählen ich hatte wirklich ich hatte so einen glaubenssatz und mein glaubenssatz war kein mann macht mir mehr einen orgasmus oh gott da bekomme ich jetzt gehen sie hat und das kommt einfach aus meiner geschichte sexueller missbrauch als kind als jugendliche noch ja da habe ich mir da habe ich es verboten und körperlich mit mir war es nie ein thema aber mit meinem partner war es lange ja wenn ich mich selbst mitgerührt habe konnte ich ihn nicht auslösen es war mein persönliches trauma und wenn das wenn das dann bewusst wird kannst du mit diesen also ich habe dann eben auch unglaublich viel in diesem bereich mit mir selbst gearbeitet sei es ja über körperarbeit sei es über gesprächstherapie und mein körper konnte es nur mein ich wollte es verhindern und ich mich dann wirklich aufgemacht habe dann unglaublich viele tränen geflossen ähm es hat wirklich geduld mit mir selbst gebraucht bis ich es mir erlaubt habe und ich erlebe immer wieder wenn trauma im körper ist und es braucht dann oft ja erstmal verständnis dafür unglaublich viel achtsamkeit dafür und von dir selbst die erlaubnis dein eigenes ja finden und mit diesem immer wieder mit diesem ja gehen mit der freude gehen mit den schönen gefühlen gehen die wo dann auch entstehen ja weil es es ist ja sonst kommst du da nicht drüber durch stefanie vielen dank dass du den mut hattest diese geschichte zu erzählen weil ich habe auch tatsächlich auch viele kundinnen wie du natürlich auch die die solche sexuellen missbrauchserlebnisse hatten in der kinder in der jugendzeit und die blockieren total ja nicht nur das sondern alles ja da braucht es einfach diese achtsamkeit ja entspannung vertrauen vertrauen mich sicher und geborgen fühlen in mir selbst ich habe zum beispiel mit frauen eben genau für diesen bereich da habe ich so auch so vier phasen habe ich so eine art ja orgasmus training möchte ich möchte ich nennen eben wirklich wie wir jetzt gesprochen haben wo ich erstmal die anatomie meiner joni kennen lerne theorie die theorie wie schaue ich aus wie bin ich wo ist was wie fühlt sich es an und dann eben gibt es immer wieder übungen für zu hause mit dazu und in der zweiten phase dann eben wirklich beckenboden beckenschaufel und unbedingt entspannung wenn ich angespannt bin wenn ich wenn mein sympathisches system einfach auf auf spannung ist dann dann will mein körper fliehen oder oder sich wehren und dann ist es oft auch dann in diesem wenn wirklich trauma da ist dann ist auch diese anspannung so groß und dahinter liegt oft eine emotion und die kann dann nochmal gefühlt werden und das löst sich dann und dann kommt wirklich diese entspannung und dann beginne ich mich sicher und geborgen in meinem körper zu fühlen mir selbst zu vertrauen und wenn das passiert dann kann ich auch mit meinem dann kann ich mein ja finden mit meinem partner mit meiner partnerin weil ich mir selbst so sehr vertraue weil ich hier mein körper zu hause bin schöner satz und das sind wie viele phasen vier phasen machst du da mit einer frau genau die dritte ist dann eben auch nochmal wirklich zu atem und stimme mit rein zu nehmen diese gefühle auch zu fühlen und die vierte phase ist dann wirklich auch joni-massage wenn die frau dann bereit ist oder frauenmassage man muss gerade ein bisschen im intimbereich gehen aber in diesen vier phasen begleite ich eben die frauen wirklich hin zum orgasmus wunderbar also war schön dass du diese arbeit machst wirklich sehr sehr wertvoll vor allem für die frauen wirklich was bei mir vor vielen jahren herausgekommen ist bei einer sitzung es war dass ich ein geburts trauma hatte also und zwar nicht meine eigene geburt sondern die geburt einer meiner kinder war so ein trauma und das hat bei mir alles blockiert kommt bei dir auch öfter vor oder kommt öfter vor ja alles was hat mit dem diesen mit dem genitalbereich zu tun hat genau alles was damit zu tun hat manchmal auch nicht nicht aus diesem leben also wirklich ich hab dann schon dass die frauen dann sagen irgendwie habe ich meine mama da meine oma irgendwie ist das ja alt du trägst es nur mit und es kriegt dann es bekommt dann diesen raum diesen achtsamen raum und es wird gesehen und auch die mutter wird gesehen die großmutter wird gesehen und ja und da passiert unglaublich viel heilsames ja das glaube ich so viel erlösung über den körper weil ich wieder gänsehaut genau so ist es genau richtig so ist es wunderbar ich glaube mir fällt keine frage mehr ein ich bin jetzt so runtergefahren und so so im frieden nur noch unser gespräch ich brauche auch keine zehn minuten mehr weggehen also ich bin jetzt schon zufrieden ich weiß keine frage mehr willst du noch irgendwas sagen was dir noch einfällt was dir noch wichtig ist ja mir liegt wirklich am herzen die frauen dass die frauen wieder so eine verbindung eine verbundenheit mit ihrem körper und ihrem schoßraum mit ihrer joni eher spüren dass auch diese schoßraum herz verbindung diese sechs herz verbindung ja einfach so wichtig für für ja für das weibliche sein hier ja spiegelt sich einfach alles hier findet sich alles und es ist ja schön wenn dein körper wenn deine joni ähm wenn das deine besten freunde die besten freundinnen sind also wirklich diese liebevolle wohlwollende zuneigung deinem körper deiner joni gegenüber ja macht bringt unglaublich viel frieden in ja in dich und schenkt dir eben immer mehr diese dieses gefühl von ich bin sicher ich bin geborgen ich bin geliebt und dann vertraue ich absolut ja wunderbar weißt du was jetzt ist mir tatsächlich noch eine frage wir haben noch nicht besprochen warum musste ich überhaupt den orgasmus haben du musst nicht genau ich dachte ich will dass du das sagst genau genuss 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 genieß deinen körper genieß berührungen genieß die mit dir selbst mit einem anderen genieße es einfach erlaub es dir erlaub dir deine fantasien dein ja dein sein und jede frau ist ja ja anders und mach dir auf die reise und erforsche es und es muss kein orgasmus sein sondern einfach das wohlgefühl in deinem körper kann schon wunderschön sein und es gibt orgasmen es gibt diese gipfel orgasmen auf die wir wirklich so für welle für welle nach oben reiten und oben dann dieser punkt of no return und wir entladen die energie aber es gibt auch diese tal orgasmen du bist tiefen entspannt in deinem körper alles prickelt alles vibriert es fließt es strömt du fühlst dich verbunden glückselig ja und und es gibt ganz viel dazwischen und alles ist in Ordnung also alles ist gut so wie es ist ja sehr sehr schön wunderbar also ich bin so froh dass du dass du über dieses thema nochmal sprechen wolltest weil mir ist es selber so so wichtig genauso wie dir wir haben uns schon öfter darüber unterhalten ja uns ist es so wichtig ich schalte mal um dass man uns beide wieder sieht uns ist es so wichtig dass die dass die frauen endlich wieder bei sich ankommen ja oder was willst du noch sagen mir fällt jetzt gar nichts anderes ein ich bin so im frieden ja dass die frauen im körper sich zu hause in ihrem eigenen körper sich zu hause fühlen es ist dein körper ja dass sie sich wieder wichtig nehmen ja dass sie wieder im leben ankommen ähm dass sie sich was zutrauen ja dass sie sich was gönnen das deswegen will ich dieses interview machen also habe ich es jetzt gemacht genau und ich kenne dich eben schon sehr gut und ich weiß dass du das gleiche denkst also die frauen sind uns so wichtig dass die nicht das gleiche mitmachen müssen wie wir so lange zum beispiel oder oder dass die halt eben also ich weiß ja gar nicht wie ich auf dich gekommen bin vor vielen jahren das war glaube ich zufälle aber es gibt ja keine zufälle ich möchte das halt forcieren dass die frauen vielleicht schon früher drauf kommen dass es dich gibt oder sowas wie dich ja dass man da was tun kann dass man nicht alleine ist dass man dass man nicht unnormal ist und so weiter ja und es gibt mittlerweile wirklich tolle Bücher von frauen für frauen über den orgasmus über ja tolle podcast so wie du sie machst immer wieder wo einfach viel gesprochen wird wo sex positiv gesprochen wird und sexualität ist für mich was heiliges was wunderschönes was nährendes wir kommen alle aus der sexualität und alle durch sexualität entstanden und für mich ist diese sexuelle energie diese schöpferische energie verbunden mit meinem herzen meiner liebe meiner liebeskraft ja mit der kreiere ich meine welt ich bin schöpferin ich bin königin in meiner welt und wie will ich ja kreieren wir kreieren ständig und wenn ich hier verbunden bin mit meinem schoß mit meinem herzen mit auch noch meinem partner meiner partnerin wie auch immer ich meine sexualität und meine meine beziehungen in partnerschaften lebe ja wir kreieren zusammen und wie wollen wir gestalten und es ist dann einfach total wichtig dass auch alle gefühle dass wir die gefühle nicht mehr bewerten im positiv und negativ sondern dass unser herz hat so viel raum so viel kraft es kann alles fühlen und alles darf da sein und es ist auch wichtig in der sexualität oder in der sexuellen begegnung dass ja Emotionen Gefühle da sein dürfen gefühlt werden möchten Gefühle wollen gefühlt werden ja das sage ich auch das will gespürt werden und ja es ist ja genau und wenn du jetzt dich fragst ja aber wie soll ich das dem partner erklären dann schau dir unser erstes video unser erstes interview an ich verlinke es darunter dann kannst du gleich mal sehen wie kommuniziere ich mit dem partner wie kann ich das schaffen dass ich dem partner das alles mitteile also du ich verlinke einfach alle drei also unter diesen natürlich die zwei noch dazu und wenn du noch tiefer gehen möchtest dann gehst du einfach in mein programm wonderful woman und und hörst dir noch das tiefer gehende an dann kommst du noch einen schritt weiter und ich kann einfach nur noch sagen vielen 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 lieben dank liebe stefanie dass du dir die mühe gemacht hast uns das alles so tiefgehend und sehr ich möchte so ein schönes wort sagen sehr sensitiv auch erzählt hast dass das wirklich jeder verstehen kann und ich kann mich nur noch bedanken dass du da warst vielen dank ich wünsche dir so so viele neue kundinnen die denen du helfen kannst dass sie wirklich große schritte weiterkommen in ihrem leben weil sexualität ist gleich leben für mich das ist eigentlich eins oder orgasmus gehört zur sexualität gehört zum leben es ist auch alles eins für mich also ich wünsche euch ganz ganz viele orgasmen große kleine tiefe hohe was auch immer und ich kann nur noch eins sagen let's spread spread the love deine christina und deine stefanie love 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 i am pure love 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 i am love 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 love